Fächelde, Niedersachsen, zwei Autos auf der B1 mit offenbar zerschossenen Scheiben, eines davon ein Streifenwagen. Was ist Donnerstagnacht auf der Bundesstraße bei Fächelde, Niedersachsen, passiert? Circa 21.40 Uhr. Ein Mann, 39, fährt von Braunschweig aus Richtung Hildesheim, Niedersachsen. Auf der Höhe einer Hundeschule zerbricht plötzlich die Scheibe der Fahrertür seines Audi. Der Fahrer stoppt wenig später den Wagen, ruft die Polizei. Die Beamten begutachten den Schaden. Knapp eine halbe Stunde nach dem Vorfall fahren sie zu der Stelle, an der Scheibe des Audi splitterte, als auch das Fenster an der Fahrerseite ihres Polizeiautos zu Bruch geht. Verletzt wurden glücklicherweise weder die Streifenbeamten, 22.40, noch der Fahrer des ersten Autos. Unfassbar! Aufgrund der Gesamtumstände sei der Gebrauch einer Schusswaffe wahrscheinlich, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an, Spezialisten der Kriminaltechnik untersuchen die Fahrzeuge, nach dem Täter wird gefahndet, und unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen oder weiteren Geschädigten unter der Telefonnummer 05171-9990. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020